Bring die Kupplung an. Löse den Griff. Zieh die Deichsel zum Fahrrad. Befestige die Klammer um die Sattelstange. Zieh den Griff über die Stange, um die Klemme zu schließen. Schraube ein paar Mal am Griff. Richte die Deichsel am Fahrrad aus. Schraube erneut am Griff, um ihn fest anzuziehen. Los geht's! Nimm den Sicherheitsstift in die Hand. Drücke auf den Sicherheitsstift und platziere ihn im Loch. Löse die Handbremse. Drücke auf den Startknopf. Du kannst jetzt mit Deinem E-Trailer losradeln. Was passiert denn? Ja. Die Costa mal. Blanz erhält für ein Schrumpf! Motor occur. Du hast 8 Jahre alt. Bedeutung.